komm ins deck würdet es drinnen sein ja dann geht es jetzt hier unten weiter das, 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 das und diese hier reicht das? ne das reicht nicht naja was soll's als erstes setze ich um dich da du geh da rein zack geh zu deinem tisch du sollst zu deinem tisch gehen und du kleiner pisser auch bitte ey, wie häufig muss ich das machen? keine ahnung scheiße, jetzt sind wir mehr als nur einer so, ab zu euren betten, genau und ich hab keine bären mehr, willst du mich jetzt zerarschen? ja so, die haben wir jetzt umgesetzt jetzt wird der hier umgesetzt du kommst dahin aber wie häufig würdest du sie? äh, ich weiß gar nicht, ich hatte einen halben, dreiviertel stack damals verballert für ihn ich hab die mir auch bloß eh mal getamt, wo die neu rausgekommen sind, die mobs so, bitteschön, kannst du dich hinlegen ähh okay du bist wieder normal geworden du nicht Das ist sehr schön. Was mache ich jetzt? Wie mache ich das jetzt? Wer geht dort als erstes hin? Welcher warst denn du jetzt so scheiße? Fletcher, da brauche ich den Fletching-Table da drin. So. Ey, da hinten ist ein Bett frei. Da kannst du gerne hingehen. Obwohl, nee, warte mal. Dein Bett stell immer da hin. Komm, das Bett ist frei, du kleiner Penner. Die sind alle fertig. Die sind alle umgesetzt. Ja, sehr schön. Gut, jetzt kann ich hier noch 1, 2, 3, 4 so ein Tables reinbauen. Eventuell... Gehst du bitte so verschlafen, wenn du kannst? Ich bin gerade noch am Dings umlegen, am Villager. Aber ich kann dann gleich gehen, ja, ist kein Problem. Typ C, geh mal zur Seite, ich will hier im Bett reinsetzen. Sag mal... Boah, kleiner Pisser. Ey, kotzt mich diese Hexe an. Jo, ich schläge mich hin, warte. Nee, der hilft mir ja nichts mehr, wenn du dich hinlegst. Die ist ja da. Ich sollte mich aber trotzdem hinlegen. Ich hab's jetzt mal gemacht. Ja, klar. Aber... Ich weiß nicht, wie ich die da wegkriegen soll. Ich hab keinen Pfeil mit, ich hab nichts mit. Äh, einfach drauf losstürmen und die Eitel umhauen bis zum Gettyp. Wie denn? Ich hab nicht mal mehr 10 Herzen. Die vergiftet mich ja die ganze Zeit. Und ich hab's Launus. So, der typische Brot kann jetzt Bumsi-Bumsi machen. Bleibst du stehen da, nimm das Brot auf. Und jetzt Vögel mit denen hier. So, ich hab sie endlich. Oh, ich bin schon wieder. Ich brauche vier Stück. So, das und das und das. Gut, dann hab ich die nächsten Knastzellen fertig. So, Bett und... Bett. So, dann... Brauche ich noch eine Pilzlampensisch. Ich muss dann in den Nähter gehen. Und dann wird da hinten nochmal weitergebaut. Yay! Freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ne, ich muss erst mal Pilzlampen fahren. Oh Mann, Mann, Mann. Das und das. So, ich werde schon ungefähr brauchen. So, ich werde schon ungefähr brauchen. Ich hab dich mich anvisieren hören, du Arsch. Verschwinde bloß von mir. Du kleiner Wichser, Alter. So, zwei... Hä, wo ist der Kerl hier schon wieder auf der Unten, gut, endlich. Das ist Klaus-Dorn, den wollte ich jetzt nicht haben. Das ist Klaus-Dorn, den wollte ich jetzt nicht haben. Jetzt hab ich ihn. Edgert. Tich. Licht. Boah! Du bist anstrengend, weißt du das? Ja, das weiß ich. Kusch! 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 Du bist nicht der Erste, der das zu mir sagt. Ich rede auch nicht mit dir, auch wenn du anstrengend bist. Das weiß ich. So, ist hier eine Pilzlampe drinne? Ja. Dahinten sind noch welche. Ey, falsche Richtung, mein Fuchs. Neun hab ich jetzt. Neun hab ich jetzt. Die war weg. Zehne. 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 hier werden nur noch für uns trainer hier sind ja ganz viele drin so acht stück das bereich Klinger hat es gemacht Gott, wie baue ich denn die Blöcke am besten ab? Geschenken geil, guckt mal nicht ins Maul 20, 21, 22 oder 23 Stück reicht auf alle Fälle jetzt Da ist das Portal Ja Nein Nein Gehst du wieder in dein scheiß Loch rein, du Arsch Das war echt nie wieder Das ist ja schlimmer als im Ark Ark ist aber noch easy Hier Schweinebacke, ich habe dich gesehen, du brauchst es gar nicht irgendwie versuchen hier anzukommen Dich da unten mit der Armbrust habe ich auch gesehen Ja, ist schon wieder ein Loch, Mann Du hast es irgendwie mit Löchern Okay, jetzt kommst du da echt nicht raus, außer du buddelst irgendwie Denk dran, das muss zwei tief sein Das ist fünf tief, danke der Nachfolge Okay Zwei tief hätte vollkommen ausgereicht Wie gesagt, ich habe nur einmal geklickt mit der Schaufel Jetzt geht das bauen weiter los, ja Gucken hier oben 50 Ey, das Team ist echt schwieriger als in Ark Ja, das soll ja auch nicht einfach sein Warum nicht? Jedes andere Tier passt du auch einfach nur mal so Dann kannst du auch anlocken Weil das Spiel nicht aus Och, Essen geben und sofort fertig sein besteht Früher hat es das Früher war beschissen, also früher war der Führer da Früher kannst du nicht mit heute vergleichen Würde ich gerne, weil ich nur eins von zwölf eigentlich spiele Ja, weil es da die meisten Modpacks gibt Ja, weil es da die meisten Modpacks gibt Warum erkenne ich, dass ein Tier eigentlich gezählt ist? Äh, bei den Füchsen? Keine Ahnung Du hast eins gezählt Das war an der 1.14 Überleg mal, wie lange das her ist Da warst du noch äh, sperrbar im Säckel von deinem Vater Was? Nee Wer ist schon ewig, ja Da hatte ich den großen Vanillaserver Ja So, ähm, kannst du schlafen gehen? Könnte ich, ja Wenn du mich ganz lieb drum bittest Ey komm, war meine Mitleidstunde nicht schon bitter genug? Nee, Mitleid zieht bei mir nie Denk dran, ich hab Kinder Ja, warte Ich switche mal hoch zu meinem Bettchen Danke So Mach nen Stagnatorite Du weißt? Ja Mach jetzt nen Stagnatorite Wenn ich im Leben jemals nen Stagnatorite haben sollte Ja Geh ich in der Rente Weil das nie passieren wird Ja gut Wer so mit voller Optimist, äh, beziehungsweise mit, äh, wie sagt man dazu, Hochmut da rangeht Der wird nie nen Stack zusammen kriegen Ich hoffe, ich hab das jetzt richtig ausgedrückt Ich hab das heute versucht, also Ich hoffe, ich hab das jetzt richtig ausgedrückt Ich hoffe, ich hab das jetzt richtig ausgedrückt Und so wie ich mich kenne, war es, da war es komplett falsch Hahaha So, hier kommt der nächste Knast hin Das heißt Hier kommt Quarz Da kommt Quarz Da kommt Quarz Da kommt Quarz Und da So wie Uuuuuh Nice 1, 2, 3, 4, wieder 5 neue Knastzellen Allerdings muss ich jetzt hier umbauen Und Shit Shit Kann ich dich hier oben schon mal fertig bauen So So Da oben kommt wieder ein Netherrack hin So, das kommt komplett weg So, das kommt komplett weg Wo Ich will jetzt echt wissen, morgen weiß ich, ob mein Fuchs zehn bis Und, äh, als ein Einstherherlaufen tut er die auf jeden Fall nicht die rennen weiterhin in der Umgebung rum. Deswegen muss man die halt auch mal einsperren. So viel kann ich dir sagen. Ist also kein Hund, schade. Jetzt muss ich die dort rüberkriegen. Die Bauern sollen da hin und dann wird hier nochmal weiter gebaut. Mein Fuchs hat sowieso Erde in den Maul. Die nehmen alles ins Maul. So, so und so. Dann warte ich jetzt mal, dass es hier hinten... Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Irgendwas wollte ich sagen, das ist schon wieder weg. Geil. Hier kommen die mit den verzauerten Büchern alle rein. Das ist ja normal. Das heißt, ich darf euch nicht mehr rauslassen. Das und das. Das dahin. Das dahin. So, Sachen eingesammelt. So, die Pilzlampe da weg und deutet das hin, das da weg und da die Pilzlampe hin. So. Und die Pilzlampe weg. Dann kann das hier alles weg gemacht werden. So. Das war falsch. So, ey. Fist du jetzt schon so geizig, dass du den Kühlschrank nicht mal mehr aus Eisenblöcken baust? Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht so viele Eisenblöcke. Sortierst du die gerade? Hm. Weil ich nichts wieder finde. Das ist auch gut so. ieth, das ist schon mal,imos. Kindersicherung. Was hat das mit einer Kindersicherung zu tun? Damit man bei mir nicht heimlich trainen kommt. Auf dem Nehmenweg passiert mir das nicht, auf dem Rückweg. 1, 2, 3, 4. Der vierte war dort, dann kommt nochmal 2 und dann kommt das Eck. So, das heißt, das muss nochmal weg an Gravel. So, so, so. Jo. Kling. Eismann steht vor der Tür. Ne, das ist mein Glas nicht der Eismann. Das hast du gerade abgesetzt. Das hat man auch gehört, aber davor hat es Kling gemacht, wie eine Glocke. Da ist mein Kabel so angestoßen. Mein Mauskabel. Ei, ei, ei. Hängen die Kabel bei dir alle so rum? Ähm. Nur die Maus. Hier. Und die Taste für halt. So, 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 so und so. Genau. Richtig. Yay. Und noch ein drittes. Ja und 3 Quarz dazwischen. Genau. Dann haben wir das auch. Sehr schön. Dann das hier einmal komplett weg. So, oh Gott schon, 20, 30. Wer ist? Ja, heute kommt wohl keiner mehr dazu. Ja. Das sind wir klar. CO2, weiß ich nicht was du mit dem bist. Ja, aber du bist jetzt eigentlich immer dabei. Außer es eh normal wo. Ja. Nur wegen privater Dinger. Ja, so. Hat das vielleicht, du hast das ja erst gestern geschickt, hat das nicht gelesen. Aber eigentlich weiß er ja die Termine. Ich hab das erst, ne ich hab's vorgestern geschickt, oder? Ja. Ich dachte es wäre erst Sonntag gewesen. Heute ist Sonntag. Ich hab das Freitag geschickt. Ja. Freitag. Wollt schon sagen. Dies und dies. Die sind. Das. Das. warum braucht es so lange so es ist nacht das ist sehr gut bitte einmal nacht lassen die liegen alle schon im bett hier ja gut so ihr zwei bauerntöpel kommt jetzt einmal hier warte mal du arschloch kriegst hier oben bett leg dich da rein sehr schön die zwei sind auch safe 1 2 3 4 5 6 2 4 5 immer so lassen da kommt die dort hin so ein baby villager pümmelt hier immer noch nicht rum das ist scheiße immer noch oder immer noch nicht noch nicht wo ich dem ehen da was zugeworfen hatte hast du ein freies bett das waren 5 bis 2 liegen brauche ich dafür noch 3 das kommt dahin das kommt dahin so also als noch was weiß ich benni l punkt dabei war boah kein aktiver war keine ahnung darüber mache ich mir keine wirklichen gedanken würde mich einfach mal interessieren wer der letzte war darüber habe ich mir nie wirklich gedanken gemacht was da drüben setze ich ne so ne nicht so ne dein was ist das nochmal gewesen das war papier und holz brauchen wir vier stück 1 2 3 4 so haben wir den titel hoch bleib stehen scheiß lore 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 plus der sind fünfe genau ich brauche jetzt noch 1 2 3 4 5 6 7 8 betten das noch mal an der nächsten folge 10 mal Untertitelung. BR 2018